Hallo, dies wird der Axie mit einer weiteren kleinen Ankündigung, Übertragungsankündigung, so richtig? Äh, ja, genauso wie gestern geht's auch heute wieder weiter mit dem Maker Good Mega Man Level Contest Nummer 2. Im Gegensatz zu gestern habe ich aber heute ein bisschen mehr Zeit, das heißt heute schaffen wir auch wieder ein paar mehr Level. Und heute beginnt es, wie üblich, um etwa 20 Uhr und ja, wenn ihr mögt, sieht man sich dann später auf Twitch. Die üblichen Informationen in der Beschreibung und ich bin Axie, bis später.